Pass ja gut auf deine Augen auf. Bei Augenunfällen durch chemische Stoffe oder Fremdkörper sind wenige Sekunden oftmals entscheidend für dich. Ein schneller Zugang zu der Augenspüleinrichtung ist ganz wichtig, um die Schad- und Schmutzstoffe aus dem Auge zu neutralisieren oder herauszuspülen. Nur zwei einfache Bewegungen und die Flasche ist zur Spülung bereit. Die ergonomisch geformte Augenschale ermöglicht eine einfache und direkte Spülung deines Auges und leitet dabei gleichzeitig die Flüssigkeit vom Auge weg. Bei leichten Verletzungen kannst du auch von unten mit einem leichten Druck auf die Flasche spülen. Dadurch wird deine Kleidung nicht immer gleich nass. Bei einem größeren Augenunfall sollst du aber auch ärztlichen Rat einholen und die Spülung während des Transports zum Arzt mit der Plum-Augenspülung fortsetzen. Du hast schließlich nur zwei Augen, pass deshalb darauf auf.